so hier sind wir wieder als schon noch nicht sonderlich viel aber ich habe bei karawanen die auf dem weg zurück sind beide mit kalt stein moment weg scheint siegel und jetzt sie also können sie ja gleich weiter gehen ich hatte in der letzten runde ein problem mit der höhe dass wir eins aufschütteln müssen ärgerlich ärgerlich aber gut so ist es okay ich wollte hier den boden rausnehmen und dann tun wir da nämlich nur weitermachen mit der decke quasi da kommt ja überall halb stein hin so habe ich clever gemacht habe ich richtig clever gemacht ganz toll jawohl ja nicht nachgedacht aber du kannst doch hier ein bisschen was bauen oder rolle weg ein kleines stück schon mal ihr hilft bestimmt gleich jemand ernst bestimmt hier müssen wir auch weiter abbreiten und müssen erst mal jemand kommen und die erde holen und dann müssen wir hier weiter machen dürfen die abbauen so margarete los dann machen wir die erde hier weg bitte auch weiter machen roderick ist tut mir echt leid aber da kommt jemand und schiebt weg 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 Und dann machen wir noch einen Boden hin. Aber sie sind schon fleißig, muss man sagen. Ich bin ja noch eingebracht, ist gut. Ich bin jetzt auch wieder ab. Ich bin ja ein bisschen vor, als es kommen möchte. Mir gefällt jetzt das Excel überhaupt gar nicht. Ich bin ja ein bisschen vor. Weil da kommt ja dann die Wand hin. Jo, Karawane ist da. Ey, wo bin ich denn jetzt? Wie geht's? Da muss ich hin. So, wie hatte ich das gesagt mit der Wand? Die kommt auch noch höher, ne? Die muss dann auch noch höher und dann müssen wir... Leisige Peoples. Das haben sie schon alles. Wahnsinn, okay. Man muss die Erde dann runter. Spannend, ob das alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Und etwas eingeschlagen. Das ist's. Das ist's. Fasssichtig. Und das ist das. Oh, was ich? Oh, ich bin ja nicht... Ja. ein bisschen priorisieren dass auch damit weiterkommen wo ich weiterkommen will wenn die leiter machen da kommen jetzt geburtstagswünsche gerade rein auch was muss gehört hat einfach schneller ganz in den bauen müsste jetzt auch mal jemand er der unterholen links 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 rechts bleibt die wollen einfach nur bleiben deshalb machen die das muss gesperrt eindeutig also ich als sport und wir jetzt nicht verstehen auch ist okay das braucht schon relativ gut Da muss man jemanden des Freunds holen. Da muss man jemanden des Freunds holen. Ein Gewusel hier, richtig aktiv für unsere Leute. Da muss aber noch jemanden, bitte, 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 bitte die Erde weg tun, sonst komme ich da nicht weiter. Da wollte ich nicht hinbauen beim Spiel. Moment, wir wollten mal anders. Nicht so ähnlich, wenn man gesagt Erde einsammeln. Okay. Okay. Jetzt werde ich mir überlegen, ob ich doch mit Böden hätte arbeiten sollen und nicht mit dem Wenden. Dass es so instabil wird. Aber bis jetzt geht's. Ich finde es einfach realistischer, wenn da Wände drauf sind und dann die Erde drauf kommt und keine Böden. So gut. Nachdem wir jetzt doch eins höher rauskommen, wie ich geplant hatte. So ein Balling kannst du nämlich von unten machen. So. 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 Ich muss mal kurz nach meiner Steinmenie gucken, weil ich fürchte, wir haben gleich Steinmeer. Wo war die denn nochmal? Da. Und wir nach unten haben wir schon. Jawohl. Da. Nicht so viel Silber abgraben, da haben wir schon so Unmengen aufs Lager liegen. Ich muss auf jeden Fall nur eine Folge aufnehmen, nehme ich mich rein. So doof, dass das halt außenrum hoppt, dieser Kaltstein. So. So kurz nicht, dass der Händler auch was dabei hätte und ich verpasst ja. So. 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 Und weiter geht's. ich weiß nicht dringend mal hier um weiter hoch immer ein gewusel angerannt kommen kann ja die erde da jemand ja bald hat die zweite mit dem innenausbau aus dem außen innenausbau und 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 danke fürs zuschauen macht's gut tschüssi